F.D.P. TV Du warst die kleine Letzebauer, die gemobbt geht an der Schule, an sein Taschengeld geklaut kriegt. Dein Patron ist eine kleine Kurve, an die dich überstehen machen. De Mikas, einer einer Pseudo-Influencer, hier Videos zu dem Thema und Situationen für dich nicht mehr verschlechtert, an du gehst noch immer dick viel gemobbt. Kauf den Brettenbaker 3000! Der Brettenbaker 3000 ist der ultimative Kit für dein Selbstvertrauen am Metabolismus abzupuschen. Er mischt Spreit für alle Situationen. Entwickelt an Zusammenarbeit mit den hartesten Letzebauer Braten, der Brettenbaker 3000, nicht aus der Kravet, in hartem BG, den allmobbar effizient neutralisieren. Der Brettenbaker 3000 besteht aus ein Mercedes G-Wagen, ein Konversionskit für den Trottinett, oder auch nur Clio, ein Kollektionsbraten-Approof, Fußballstrick oder Kleider, wo gaußen und sehen an den Mobbers, an einer gaueren Aschüchterin. Achse auf ein 3-Thera-Brate-Groß-Date-Bank, voller Mammewitzer. Gehen, Brot. Kein Kedal. Dein Mamm... Okay, erst kriegen Kedal, aber dein Mamm kann es füllen. Nicht unbedingt die Best. Albanische Beleidigungen an divers interaktive Modulen voller Weisheiten aus dem Balkan. Für felsche Klauen, bis wir bauen uns die Mercedes-AMG mit 4kg Beton an den Mähmaschinen. Du höre Bauern, vergesst das CL- oder Cactus-Punkte-Kart. Movas Kedal für den exklusiven Balkan-Klub als am Bratte-Maker 3000 dabei. Die Balkan-Klub-Kart gibt alle respektablen Ehrenmann prozenten auf allmähliche Servisse. Zum Beispiel... 15% Ob der wöchentliche Degade bei der besten Bratte-Approved Cofferen? 15% Beim Bratte-Approved Mercedes-Mekanisien? 15% Ob Bratte-Approved Kleidung, wo die Schei-Mescht und Brett-Mescht für alle Situationen? 15% Zu dem Verding bei Casa Pomodoro und zwar auf dem delikaten Balkanplan Foie Coeur Rhin a la Fasson Balkan Serviert mal Blut von den Gefeinden! Aber nicht nimmend! Wenn sie trotzdem weiter gemobbt ist, kein Problem! Den Balkan-Klub-Kart am Egele steht dreimal am Joa gratis eine Armee-Brüder zu rufen wo den blöden Kevin oder Kilian wo das Schmopp-Team besiegt! Mann, da kann ich so sein, brö! Das schluss wird zu schwätzen! 100% natürlich ist das super gut! Es sind die Follower von Mikas Carvalho und äh... die Kevin mit mir ich immer dafür gemobbt Wer kann mir helfen? Ich und bei FTP-TV der Berater-Maker 3000 bestand und mein Problem war innerhalb einer 40-Stunde gelöst Mein Neu-Brüder ist kurz beim Kevin-Schwetzel gegangen und seitdem hast du Kevin den Engel mit mir es sind die höchsten G-Fu-Misse! Was ist der Problem mit mir? Geh mal Oktogon! Sie setzte ich an der letzten Teamversammlung benutzt tun Seitdem und ich zweimal mehr an der Pai erschaffe viele Männer Und was wachst du du Chewab-Kischi-Lucha? Dass du Mikas Carvalho in einer Video-Gate-Mobbing möcht Share dieses Video so that Youngsters know that I'm here for them Kaff du Brat-Maker 3000 oder du bist ein Scheiß? Ja du kann wieder sein Engel mit mir in einer sind Engel mein Schutzengel und hier schwätzt oft mit mir am Engel im Dreh Du bist ein Scheiß! Schöne guten Morgen der Feste Schöne guten Morgen der Feste Schöne guten Morgen